Nee, die haben keine Socken mitgebracht. Und dich? Nein! Oh, die Socken! Nein, das ist nicht euer Ernst, Jungs! Digger, ihr habt einen Dreieckschlipper mitgebracht? Oh, es gab keinen anderen! Ey, Jungs, Alter, ist nicht euer Ernst, Digger! Bruder, dann fühlst du dich immer wieder ein bisschen wie ein Mann, wenn du mal wieder deine Sachen spierst. Was hast du denn? Oh, mein Gott! Ihr dummen Wichser! Es fällt noch was, hallo, es gibt noch was kaputt! Zeig doch mal den Chat! Bro, soll ich mal Hand ziehen, so drüber über die Hose? Ja, mach mal drüber! Bro, die sind so hässlich! Er meinte am Telefon, ich hab hier so coole, schwarzgraue! Ja, aber die gab so... Weißt du, das ist die GARF? In XXL! Das war die einzige in M! Ich hab in der letzten Fall keine mitgebracht! Ne, ist es doch gut, dass du mal nicht überall so kacki in deiner Hose immer hast, gell? Bruder, diese Hose! Kommst du um ne... Na, kommst du... Ja, Bro! Danny, beißt uns mal durch, bitte! Bro, schimmer, mach die Ding! Oh, Ha! Maschine, Digger! Ey, findet ihr die wild? Ich kann das... Digga, es sieht das heute Morgen aus, ey! Findet ihr komplett wild, oder? Hä? Ey, ich seh ein bisschen aus wie Tim Gabel in nem Podcast jetzt! Kommt die wild? Oh, ganz übel, Roggen, Digger! Ja, oder? Die kommt wild, guck mal hier! Ich find auch! Ich find auch, die kommt wild! Digga, zieh die mal zu deinem nächsten Business-Termin an und sag mal! Stell dir vor, du kommst in so'n Zoom-Call so rein! Schönen guten Tag! Alter, das sieht richtig stuffed aus hier drin, Alter! Holy Shit! Erstmal! Alter, Junge! Du bist doch ein Nine-Incher! Voll witzig, Alter! Männer denken auch, die haben Rechte! Geht mal was jagen oder so! Bau mir ein Haus, hä? Voll witzig, Alter! Die Spülmaschine kann sprechen! Voll witzig, Alter!